hallo ihr lieben zu hause ich schicke euch ganz liebe grüße von meinem home office an euer home office und ich habe mir jetzt gedacht wenn wir schon sowieso so lange nicht zusammen singen konnten und jetzt an der zu hause alle rumhängen müssen schicke ich euch ein video erstens damit ihr wisst wer die frau ebner ist wenn wir uns mal wieder sehen nicht dass ihr mich alle vergesst und zweitens damit ihr auch zu hause vielleicht ein bisschen wieder mal sechs so und deswegen habe ich auch für uns alle zusammen einen song geschrieben also den gibt es nur einmal den gibt es auch nur für euch zu hause hat was mit corona zu tun nämlich mit diesem home office zu hause rumhängen müssen und genau habe ich einfach letzte woche die idee gehabt und habe mir gedacht ach das wäre doch was wenn ihr dann zu hause mit mir mitsingen würdet und dann sehen wir den auch mal wenn wir uns in der schule wieder sehen und da können sie den ja schon alle und auswendig an oder so weil ihr den ja vielleicht hoffentlich mit mir übst dann so also am anfang natürlich wie im sport bevor man sport betreibt muss man sich immer ein bisschen denen aufwärmen und das macht man natürlich auch mit unserer stimme läuft jetzt so ich mache vor ihr macht nach und dann machen wir diesen song einen ersten teil erst einmal auf eine tonsilbe und den text dazu gibt es dann nächste woche mit einem weiteren teil den wir dann wieder zusammen lernen so also wir werben uns auf und zwar ich mache vorher noch nach erst mal auf und sind wir sind ja alle gebräuchlich achtung lalala 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 und hier oder du lalala 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 und ich lalala 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 und du lalala 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 und hier lalala 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 lal Komplizierter, wobei es nicht kompliziert ist, es gibt ja die liebe Tonleiter. Mit dem Mamaton sage ich immer C, bei C fängt alles an. So, und wenn ich mit Tonleiter nach oben gehe, steige ich wie Treppenstufen nach oben und dann stehe ich oben, dann muss ich natürlich auch wieder runterkommen, klar, also Treppe wieder nach unten. Und zwar läuft es so, dass ich erst wieder vorsinge, ihr singt es dann nach, wie gerade eben auch, läuft es so, dass wir C, D, E, F, G, also wir gehen noch bis zum fünften Ton und dann wieder abwärts, G, F, I, D, C. Und das singen wir so lang und so oft, bis ihr das um drei Uhr morgens auswendig könnt. So, also wir üben auch für den Theorieunterricht in Musik. So, Achtung, ich mache vor. C, D, E, F, G, G, F, I, D, C. Und hier. C, D, E, F, G, G, F, I, D, C. Und ich. C, D, E, F, G, G, F, I, D, C. Und du. C, D, E, F, G, G, F, I, D, C. Und ich. C, D, E, F, G, G, F, I, D, C. Und du. C, D, E, F, G, G, F, I, D, C. Und hier wieder. C, D, E, F, G, G, F, I, D, C. Und du, C, D, E, F, G, G, F, E, D, C. Und du, äh, und E. C, D, E, F, G, G, F, E, D, C. Und jetzt du. C, D, E, F, G, G, F, E, D, C. Genau, braucht man nämlich auch im Musikunterricht. Und dann lernen wir das mit dem Singen. Und da geht es immer viel schneller. So, jetzt aufgepasst. Ich sing mal auf Tonsilbe La oder No. Ich werde dann ein bisschen wechseln. Einfach so den ersten Teil des Liedes vor. Und du singst dann mit, das sage ich dann auch immer dazwischen. Und du. Und die. Und du. Und die. Und du. Und die wieder. Und du. Das ist schon der erste Teil. Und was ist uns aufgefallen? Es ist zweimal the same. Genau dasselbe. Jetzt sing ich es mal einmal von vorne bis hierher durch. Und dann zusammen wieder. Achtung. Und wieder in Hand. So, jetzt kann man es nochmal versuchen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ihr ganz grummelig vor den Bildschirmen sitzt. Und da ihr gar keinen Spaß habt. Oder? Ne. Spaß schon, aber böse Schauen. Das geht mal überhaupt nicht. Also mal alle hier ein freundliches Grinsen aufsetzen. Und dann geht das Singen nämlich viel schöner. Und falls sich eure Eltern oder Nachbarn beschweren, sagt es einfach, das ist leider Hausaufgabe. Ich muss laut und schön singen. So, Achtung. Zusammen haben wir mit einem freundlichen Grinsen auf. Und dann werden wir mit einem freundlichen Grinsen auf. Und Cut. Hier machen wir einen Strich. Da sind wir eh schon bei sieben Minuten fast. Genau. Also, wenn ihr Lust habt, es mit mir zu singen, würde mich total freuen. Und nächste Woche gibt es dann ein weiteres Video, wo wir dann den zweiten Teil lernen und den Text vom ersten Lied. Einen Titel hat leider der Song noch gar nicht. So sieht das Ganze aus. Ähm, genau. Also einfach nur Bleistift aufgeschrieben, was mir gerade so eingefallen ist. Da muss ich mir noch einen Titel überlegen. Deswegen kann ich euch noch gar nicht sagen, wie das Lied heißt, weil... Hat noch No Name. The Song with No Name. Okay. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine tolle restliche Woche, egal wann ihr das Video anguckt. Ähm, hoffe, dass es bei euch super gut zu Hause läuft. Dass ihr nicht so viel streiten müsst mit Eltern oder mit euch selber irgendwie. Ähm, genau. Dass ihr die Hausaufgaben toll hinbekommt. Und, wie ich schon geschrieben habe, ich freue mich, wenn ich irgendwelche Aufgaben zurückgeschickt bekomme oder Fotos in Teams hochladen. Dann ist es auch wunderbar. Ähm, genau. Damit ihr Musik nicht ganz vergesst, weil Musik heilt die Seele. Und Musik tut der Seele gut. Also, tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.